Hallo, hier ist eure Wünnie. Crashkurs NRW. Was ist das eigentlich? Wir waren für euch dort und haben einige Eindrücke aufgefangen. Crashkurs, das ist eine Präventionsveranstaltung. Dazu berichten Akteure von der Polizei, der Notarzt, der Notfallseelsorger, aber auch unmittelbar Beteiligte von ihren Erfahrungen, ihren Erlebnissen, ihrem Leiden. Hi, Melke. Servus. Du hast ja heute hier auch gesprochen beim Crashkurs NRW, so quasi als Unfallbeteiligter. Was macht denn das mit dir immer noch, wenn du erzählst? Ja, ich sag mal ganz klar, das zieht einen natürlich, rein ins Erlebnis wieder rein natürlich. Es ist aber auch so der Punkt, dass man sagt, ich kann diese sinnlose Sache, dieser Unfall, der kann nichts Positives haben, geht ja gar nicht. Ich habe ja nur Leid und Schmerz durchmachen müssen, habe einen Freund verloren, besten Freund sogar. Aber so kann ich wenigstens versuchen, die Sache mit Sinn zu erfüllen, indem ich hoffe, dass ich vielleicht einen dieser Kiddies, Jungs, Mädels irgendwie dazu bewege, zu sagen, hör mal, wenn ich jetzt mal fahre oder wenn ich mitfahre, irgendwie dazu bewegen, dass das in Ruhe abläuft, dass ich da jetzt nicht irgendwie gar nicht, also zumindest nicht durch mein Verschulden irgendwie was produziere, dass man sich zumindest in der Hinsicht absichert. Hast du denn den Eindruck, du erreichst die? Ja, ja, ich glaube echt. Also ich glaube, wenn ich nicht immer mit diesem, sag ich mal, diesen Knackpunkt komme, wie zum Beispiel, wenn der Knochen rausgeschossen ist aus einem Bein oder so, dann drehen sich alle schon, weil ich denke, oh, wie muss das denn sein? Das kann ja nur grauösig sein. Ja, ich habe mich auch gewunden. Ja, das ist halt so, wo ich dann sage, aber das ist ja auch auf einer Seite so der Sinn der Sache, damit sie wirklich merken, was das für Folgen hat und auch wie weitragend das ist. Hilft dir das denn bei der Verarbeitung? Wie geht es dir denn, wenn du sie jetzt so hier referiert hast, wie geht es dir dann am Tag danach oder in den Stunden danach? Ja, ich sage mal so, ich sehe es unter dem Aspekt, Angriff ist die beste Verteidigung, also diesen Punkt, man muss ja sich mit dem Thema auseinandersetzen, runterschlucken bringt ja eh nichts. Dann kommt es in zehn Jahren oder weiß ich wann. Also gerade mein Chef sagt dann, bleib zu Hause den Tag, weil da muss ich auch doch mal so zwei, drei Stunden für mich haben, irgendwie sich mal hinzusetzen, auszuruhen und was auch immer, weil es ist halt immer wieder was Grausiges, wo man natürlich, was ich schreie, Schmerz, was ich was alles mit verbindet, ja, wieder hochkommt. Aber im Grunde genommen, wenn ich ein Fazit ziehen soll, ist es was Gutes. Ich bin froh darüber, dass ich die Chance habe. Für viele Menschen ist es nach einem Verkehrsunfall nicht mehr so, wie es vorher einmal war. Viele können aufgrund der Unfallfolgen ihren Beruf nicht mehr ausüben. Einige bleiben gelähmt, andere geistig oder körperlich behindert. Aber es ist immer gleich. Von jetzt auf gleich ist nichts mehr so, wie es vorher einmal war. Allerdings hat sie bis heute diesen Unfall nicht verkraftet. Sie befinden sich auch inzwischen zwei Jahre später immer noch in geschlossener psychiatrische Behandlung. Hilft dir denn das Erzählen eher bei der Verarbeitung oder holst einfach nur wieder hoch und oder kannst du danach schnell wieder in den Alltag zurück? Also, dass du nicht in diesen Erlebnissen hängen bleibst, gefühlsmäßig. Also, in den Alltag zurück geht relativ schnell, aber insgesamt, das hilft schon, das Ganze auch zu verarbeiten. Weil auch wir sind Menschen, uns nimmt das auch mit. Vor allem, wenn junge Menschen da zu Schaden kommen, das trägt man dann doch eine ganze Weile mit sich mit. Vor allem, man hat im Alltag relativ wenig Möglichkeiten, dann über so Sachen auch mal privat zu reden. Jeder von euch ist ja bereits jetzt schon Beifahrer und somit auch Teilnehmer im Straßenverkehr, der ein oder andere vielleicht sogar schon als selbst fahren. Crashkurs wurde für euch entwickelt. Unfälle, die passieren ja nicht einfach so. Sie werden verursacht. Demnach sind sie auch vermeidbar. Es gibt ja eigentlich nichts Sinnloseres, als im Straßenverkehr ums Leben zu kommen. Wie ich ja auch sagte in meinem Vortrag, dass man nur, weil man jetzt unbedingt fünf Minuten schneller da sein will oder was auch immer, dann im Endeffekt bist du dann ein paar Monate im Grab oder weil ich mich bei meinen Freunden jetzt profilieren wollte. Und dann bist du entweder im Grab oder im Krankenhaus. Ja, die bist du auch nicht. Oder noch schlimmer, du überlebst das als Fahrer, bist schuldig und dann hast du vielleicht jemand anderes umgewiesen. Ich glaube, mit der Last kann man nicht leben. Nein, denke ich auch nicht. Das ist, da wird man auch, glaube ich, nie wieder glücklich. Also ich könnte mir, glaube ich, nie verzeihen, wenn ich jemanden verletzte und wenn es nur leicht wäre. Wie vorhin schon mal kurz erwähnt, passieren Verkehrsunfälle nicht einfach so. Sie werden verursacht. Und dabei werden oftmals bewusst Regeln missachtet. Es wurde zu schnell gefahren, wie die Kollegin schon sagte, Killer Nummer 1 immer noch auf unseren Straßen. Man war nicht angegurtet. Man wurde abgelenkt durch laute Musik oder was auch immer häufiger wird, durchs Handy. Mal eben eine SMS schreiben. Funktioniert doch, alles easy. Oder es waren Alkohol und Drogen im Spielen. Also fahr vorsichtig und überleg, bei wem ihr einsteigt. Ich denke schon, dass mir das, wenn ich das nächste Mal in ein Auto steige, dass mir das im Kopf bleibt und dass ich daran denke und sicherlich auch jetzt vorsichtiger bin. Wenn ihr mich in das Steuer setzt, übernehmt ihr Verantwortung. Nicht nur für euch, sondern auch für eure Mitfahrer. Achtet darauf, dass ihr nicht derjenige seid, der seinen Freund, seine Freundin zu Dode bringt. Alles, was Sie gesagt haben, war es halt für mich selbstverständlich, dass man sich zum Beispiel anschnallt oder dass man nicht zu schnell fährt. Ich würde euch gerne davor bewahren, dass ihr sowas erleben müsst, was wir heute erzählt haben. Ich merke aber, ich kann das nicht. Aber ihr habt es in der Hand. Macht was draus. Einerseits nimmt das einen ja schon mit, weil man empfindet das ja in gewisser Weise nach, wenn die das alles so erzählen. Aber einerseits gibt es auch Sachen, die man dann irgendwie nicht nachvollziehen kann. Wieso haben die sich nicht eingeschneit oder so etwas? Also es ist teilweise so, da würdest du schon Wert drauflegen. Also da bist du schon sensibilisiert jetzt. Ja, also ich bin da schon sehr sensibilisiert für. Ja, ich werde darauf achten. Niemals, wenn man irgendwie einen Termin muss, zu viel Gas geben und auch niemals das Auto dafür nutzen, um andere Leute zu beeindrucken. Das kann, wie in meinem Fall, schordlich schief gehen und das kann viele Leben einfach nur zerstören oder völlig auf den Kopf stellen. Was ihr dann aus diesem Gehörten macht, das liegt ganz alleine bei euch. Unsere Botschaft ist ganz einfach. Jedem Verkehrsunfall geht ein Regelverstoß voraus. Wer sich an Regeln hält, schützt Leben. Das eigene, aber auch das aller anderen. Das ganze ein, wenn wir uns nicht überlebt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020